Im Namen des Erhabenen Allahs. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. In diesem Video spreche ich über die Präpositional Adverbien. Also einfach Wörter und Darwörter. Ihr habt bestimmt Wörter, Wörüber, Darüber und so weiter gehört. Aber ihr wisst gar nicht wie und wie sie einfach diese Adverbien verwenden können und wie sie die einfach in einem Satz schreiben können und einfach was sind die. Dann machen wir weiter. Salamun au neki hila dostanu. Hila dachi jura uruguose. Pana na na i video ki hat sekoum inshaallah taas da sarbalis qaydun paada malumata klamaddi wo Wörter au da Wörter paada. Um nach Gegenständen und Sachen zu fragen benutzt man wo Wör, Da, Dar mit den Präpositionen. Laka wo Wör, Er oder Da, Er plus Präpositionen. Jene wo wasara Er bei Präpositionen sie haben, da wasara Er wir haben, Präpositionen haben wir sarbalis. Usrazu, die Jumli asli sachtaram zu dir. Heute erkläre ich dieses Thema vor allem die drei unten fragen. Was ist das? Datsidi. Wie wird das gebildet? Zaraqam juri ki sachtari zaraqam der. Au wann nutzen wir es? Au zawacht mu da es vada gehu. Wofür hast du so viel Geld ausgegeben? Wofür hast du so viel Geld ausgegeben? Jene di sapkater toziaate paisee war klalee. Ja war kliddi. E sapkater toziaate paisee war kliddi. Pas dalta W fjer di sapkater boane es vada sov. Daltta W fjer di sapkater boane es vada sov. Chie dalta W fjer um ca schwala. Präposition schwo. meine hefte sind schon föl. Meine Hefte sind schon voll. Daffier, dass du dich auf diese Weise verwendest? Deine Hefte ist schon eine Frage. Die Dibkater. Dibkater. Die Dibkater habe ich viel Geld ausgegeben. Die Dibkater muss man zuerst einladen. Die Dibkater muss man zuerst einladen. Oder zwei Ktape, oder. Also. Es ist eine andere Form von den Ausgaben. nicht können ein die 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 angler spiel sind die brauche aber worauf verartest du eine zata entzahar basita worauf wortest du Z. Meine Bestellung ist gerade unterwegs. Meine Bestellung ist gerade unterwegs. Meine Bestellung ist gerade unterwegs. und deren Ouang di-Plan. Und das ist mein erheb bei der Haug. Was bedeutet die Haug an, die Haug an? Die Haug an die Haug an die Haug an die Haug an die鹹 an die Bauteilung. Sie sehen, hier ist meine Deistungen. Die Haug an die Zeit. Ich bedeutet, die Haug an die Zeit. Das heißt, wir haben wir die Hüfte eingedänt haben und wir haben dich die Hüfte und wir haben die verschiedenen Sekunden. Was haben Sie? wo von reden sie das ist jetzt so schaber ikea wien reden moog gabarikau von unseren eltern die we plära moors gabarikau und die re pa alla moog gabarikau no hadaf mu dalta tschede davon davon hadaf mused dah do du pa ha kla reden via Diese Promenal-Adverbien enden auf einer Präposition. 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 Diese Präposition. Diese Präposition. Diese Präposition enden auf einer 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 Präposition enden auf einer Präposition enden auf einer Präposition. Diese Präposition enden auf einer Präposition enden auf einer Präposition enden auf eine Präposition enden auf einer PräINE tonight sk distribute file und so weiter. Hier unter der Präposition an, Open es kann man mit der Präposition, die man etwas nicht machen kann, Ich habe fünf Fragen in meiner Klausur in meiner Klausur Darauf gebe ich die Antworten Darauf gebe ich die Antworten Darauf gebe ich die Antworten Die Antworten Ich habe die Antworten Die Antworten Aber ich glaube der ww-w-w au da-da-da-da-da-da prepositional adverb cirkdi da khas-tanzant failuna au khas-tanzant da se leri prepositional leri. przy niejelte mug bedoj kottar das sonej saseda kawet chiede antwort daybara mug zandte saktar lero antwoord geibn auf zwa aber koval ya ucchi ta. mislih cish ta zwa aber koeta? Antwort geben auf Womit beschäftigt ihr euch? Womit beschäftigt ihr euch? Wir beschäftigen uns mit dem Computer. Wir beschäftigen uns mit dem Computer. Mit meinem Computer? Wir beschäftigen uns mit dem Computer. Vorher kommen wir mit dem Computer nach. Mütige Sache ist das Problem. Schreiben Sie das denn? Wenn wir den ein 8-9-9 dazu verkunden aus einer Art Parabellung sagt, wir können ein paar Verletzte in den Jahren aus einer Art. Das ist das auch ein Grund. Ich habe die Art Parabellung gesehen und die Art Parabellung ein paar Also wissen Sie, dass wir in den Wormitt einstellen können. Dann kommt der Wormitt den Wormitt und Wormitt. Wormitt ist das Wormitt. Als Sie mit Wormitt eine Kampüter machen, ist das Kampüter. Das heißt, die Kampüter zu haben oder ein Kampüter zu haben. Es ist das Kampüter zu haben. Wie kommt unsere Wormitt in Wormitt? Das heißt, wir sind die Wormitt in Wormitt ein Kampüter. Das ist der Kampüter. sondern in die Ausbildung zu überlegen, wenn es die kleine für die Schwerpunkte gibt, aber in der Einholung des Schwerpunkte steht auch schon, dass hier in dieser Flammans необходимо mehrmals ein Schwerpunkte zu den Erinnerungen für den Grund für den Schwerpunkt ist. Hier ist noch eine Möglichkeit, die Rückwärter der Schwerpunkte den BerichtungDid zu verpassen, sich beschäftigen mit Kepalzahn-Masrufa oder Leocis Leocis Sera Masalan Ketab Sera Legeim Sera Leukamitar Sera Leinternet Sera Leham Montale E Sera Bale Bilge Taguru Um Nach Einer Person Zu Fragen Ust Taus Baid Swal Pich Si Che Oya Kum Taup Pirs Ta Di O Schachs Namask Taus Taus Puch Ta Na Ob Lade E De Ga La Ts Tin Taus 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 Om Na Nar Parzoon Zu Fragen Kattaus Taus Yo Shachs Taus Po Taus Sa entreprises Benutz Maan Tsarae Swada goish Nahil Nominal nominativ Nominativ Ho apprentice Schwam Popozen Nun Das ist die erste Präpozition. Das ist die erste Präpozition. Das ist die Frage-Wörter. Die Frage-Wörter ist die Wer, wenn, wenn wir wissen. Das ist die erste Frage. In den deutschen Filmen die Nominativ-Wörter die wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen. Das ist die erste Präpozition. Das kommt von der Präpozition. Die Präpozition das steht die Präpozition über eine Präpozition über eine Dattive. Nun wird das mit. Das ist die erste Präpozition über eine Akkositive. Über eine Nominativs diese Auf wen wartest du? Auf, wen wartest du? Aber wenn man die Menschen der einen Offen, die sich dann in den Themen und die Leute auswählen lässt, dann kann man die Leute auswählen, die Leute auswählen, die man hier schafft, dass die Möglichkeit der Proposition auswählen wird. Und dann kann man die höhere Web-Auswählen stellen und die Frage auswählen. die ein mit den Bewerten abgeben. Mein Witz der Grund. Wenn wir es hierinheckchen sind, können wir die Musik überkennen, dann können wir das Wort jetzt auf einen Bewertenоб Ephesiens auf einen Bewerten abgeben. Wenn wir ein Bewerten übereinander sprechen dann können wir das Wort die Frage und die Bewerten. Die Bewerten sind übereinander eingeschätzt und das Wort. Hier kommt ihr an Aboível auf einen Bewertenbild. Ich warte auf Ahmad Auf Ahmad Auf Ahmad Auf ihn Ich warte auf warten auf sie in zur basal yo chata yo chita yo chita yo chita is vada kawaya no wo war da dar is vada kreya auka yo schachstib is vada kawaya auf wen zackatji akusti wala tschu jubi ahri bilgeta amrazu mit wem sprecht zi telefonisch mit wem sprecht zi telefonisch ene telepon agab telepon ke la cha sara ga giegi no dal tamo wali mit preposition preposition shu au vim mo wali pa dativ halad kiroglu zackatji mit preposition yasar bilham michala dativ halad sara zi no la deka baramu maga fraga vart halad kiroglu padatii halad kiroglu padatii halad kiroglu vim met wem sprecht zi telefonisch zi sprecht mit ee daar muta aagal agabali mursara ga giegi ya ham mit muta oda mit ee no la deka baramu daga tarkibtsu shu sprechen khabarika wal mit leo cha sara kum halad kidea preposition mu padatii halad kii ta ham shu zmuk nananai dars hila da cha sara keri wiki hila ta da ga dars hum yo tse zekeri wiki hila da dhag wideo lak pola malgarao dastan sara pa zheni telegram groupu kii zheni facebook groupu kii awa zheni noro rasoni grupu no kii ur sara shari kidee tarsho dhe highe urra zheni moshkila ta satoan zi ham prehal shi kichir kum suala buchta nara ea dhe mok sa rohe paka comment kia shari kidee und wenn ihr euch nicht abonniert, dann abonniert euch den Kanal. Also abonniert euch den Kanal und abonniert den Like. Und abonniert euch den Kanal. Wir werden die nächsten Videos ansehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.